Willkommen im Schnäppchenkeller von ProfiSchnatte. Heute habe ich ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie. Und zwar das Modell 24970 von Willi Schillig. Eine Sofagruppe N90, das große Sofa N70, das kleine Sofa in Leder Z69 Long Life Cognac. Eine Garnitur, die sehr leicht wirkt. Hohe Füße, viel Bodenfreiheit. Viel Leichtigkeit und einen tollen Sitzkomfort hat. Sie haben hier Federkern im Sitz integriert. Sie haben einen relativ festen Sitz, auch einen hohen Rücken. Und Sie können hier noch diese Kopfstützen dazu erwerben, die wir separat anbieten. Die kosten bei uns nur 88 Euro das Stück und passen hier ideal dazu. Dann habe ich, können Sie noch verstellen, dann habe ich hier auch noch eine Kopfstütze, also eine Anlage des Kopfes. Liegen kann ich natürlich auf dem großen Sofa hervorragend. Aber auch, weil die Armlehne niedrig ist, auf dem kleinen Sofa. Die Garnitur ist ein EDV-Fehler. Das heißt, eine Fehleingabe, es wird eine falsche Nummer gefertigt. Entweder falsche Füße oder falsches Leder. Und zack, kommt das Teil ins 1B-Warenlager. Dort kaufen wir es als Schnäppchen und geben den Preisvorteil an Sie weiter. Beide Sofas zusammen, beide Sofas zusammen, kosten bei uns 2.222 Euro. Ohne Kopfstützen, ohne Lieferung. Bei Abholung, Lieferung 199 Euro. Kopfstütze jeweils 88 Euro. Also für rund 2.500 Euro haben Sie das Stück dann zu Hause. Mit Kopfstütze. Ja, 162 Zentimeter das kleine Sofa, 2,02 Meter das große. Vertrieben wird das Modell unter dem Namen Interliving, nicht unter W-Schillig. Wie so oft im Möbelhandel wird verschiedene Dinge verschleiert, damit Sie nicht durchblicken. Aber ich sag's Ihnen, Interliving. Und dann zahlen Sie ungefähr für ein Sofa so viel, wie bei uns für beide. Also eins geschenkt, wäre das was für Sie. Würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Ciao, ciao.